Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DHB. DHBW Late Night, mein Name ist Michael Schröder, ich bin Ihr Gastgeber und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, nicht mehr auf der Buga, sondern hier im wunderschönen Filmstudio Gina, der DHBW Mannheim, meinen lieben Kollegen und Experten der Medizintechnik, Prof. Dr. Thomas Schierl. Ja, wie immer eine kurze Vorstellung, um meinen lieben Gast einzuordnen. Sie haben einen unfassbaren, interessanten Werdegang, nämlich Sie haben erst Realschule gemacht und dann eine Ausbildung, Achtung meine Damen und Herren, zum Fernmeldeelektroniker bei der Firma. Und da musste ich verschmunzeln, Telefonbau und Normalzeit, allen bekannt unter Telenorma. Ich wusste gar nicht, dass es das Akonym noch gibt und ich habe auch gegoogelt, Telenorma gibt es immer noch als Unternehmensgruppe. Ja, da ist Mannesmann mit drin, die machen E-Commerce, Bosch, die programmieren Apps, also ganz interessant. Dann haben Sie die allgemeine Hochschulreife abgelegt, 88, um dann Elektrotechnik zu studieren an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Da waren Sie dann 93 fertig und dann haben Sie, was kann man in Erlangen anderes machen, Sie haben bei der Firma Siemens begonnen. Da habe ich ja auch mal meine ersten Pfunde quasi, sagt man das so, die Pfunde geerntet oder meine ersten Gehversuche nach dem Abi gemacht. Sie haben gearbeitet bei den Grundlagen und der Produktentwicklung für Röntgenangiografie-Bildsysteme, Röntgenfernsehsysteme und so weiter. Und dann wird es spannend, Sie haben natürlich promoviert, Sie wollten weiterkommen und haben dann, und da sind Sie erst mal in Schöne-Kärnten gegangen, also nicht an die DHBW. Das ist doch das Schöne-Kärnten, da dürfen Sie das... Ja, ich hänge noch bei dem natürlich promoviert. Ich habe natürlich, ich war jung, brauchte das Geld und habe erst einmal das Arbeiten begonnen und habe dann gearbeitet. Sieben Jahre lang bei Siemens. Ja, und habe dann während der Arbeit gesagt, es wäre gut zu promovieren und habe dann neben der Arbeit promoviert. Genau, Sie waren externer Doktorand, weil Sie haben in der Siemens-Zeit eben... Bei den Physikern am Physikalischen Institut. Und da war, also natürlich war das nicht natürlich, man studiert irgendwas und promoviert im Anschluss an der Hochschule. Und ich habe gearbeitet und habe nebenbei versucht zu promovieren. Also bei Siemens kann man ja auch ordentlich Karriere machen und viele meiner alten Freunde aus Ausbildungszeiten sind auch da geblieben und sind eben dann hochgewandert, völlig berechtigt. Sie sind aber erst mal in Schöne-Kärnten gegangen, bevor Sie zu uns kamen. Und zwar zwölf Jahre lang waren Sie dort Professor. Ja. Ich meine, Kärnten ist schön, aber es gab bestimmt noch einen weiteren Grund. Es gibt noch einen weiteren... Oder gab es noch einen weiteren Grund, dass Sie erst mal... Nach Kärnten zu gehen, weil da die Stelle für eine Professur frei war. Das war der Grund. Ohne Arbeit da hinzugehen ist ein bisschen dünn, nur Urlaub zu machen, aber mit Arbeit war sie schöner. Und dann seit 2013 sind Sie im schönen Mannheim. Ja, wieder zurück. Ja, sind mit der Familie hierher gezogen. Ich bin erst mal alleine hergezogen, ins schöne Mannheim. Und das war sehr gewöhnungsbedürftig. Von der Natur, viel Natur. Und dann rein an, internell vom Rathausplatz. Und jeder, der das kennt, weiß, Höchststrafe. Ja. Verkehr, Natur, Fremdwort und Lärm rund um die Uhr. Ja, ich habe auch fast zehn Jahre lang in den Quadraten gelebt. Ja, genau, in den Quadraten. Ja, so sagt man da, ne? Aber wir haben ja die schöne Pfalz um die Ecke und auf der anderen Seite den Odenwald. Wir sind ja auch in einer halben Stunde. Ich hatte kein Auto, wollte kein Auto haben. Und dann, ich bin aber öfter mal in die Pfalz gefahren mit dem Rad. Wir waren immer noch bei Ihrem Lebenslauf. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Wir wollen uns ja heute über die Zukunft, machen wir etwas philosophisch, die Zukunft der Medizintechnik, die ja uns alle betrifft. Und wenn es jetzt eine erste Klausurfrage gäbe, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind wieder nicht vorbereitet auf die heutige Sendung. Was ist eigentlich der Unterschied, Achtung, zwischen Elektronik, Elektrotechnik und Medizintechnik? Schwierige Frage. Also, ich komme mal gleich mit einer Lösung. Mit einer einfachen Lösung, Elektrotechnik ist alles, wo bewegte Elektronen dabei sind. Das heißt, in den Kameras, im Rechner, irgendwo werden da Elektronen hin und her geschoben. Und der Oberbegriff ist Elektrotechnik. Wenn sich irgendwie im Weltraum irgendwas verändert, ist meistens Masse beteiligt und irgendwo ein Elektrönchen dabei. Und wenn sich das verschiebt, lässt sich alles unter dem Oberbegriff Elektrotechnik beschreiben. Dann war Elektronik, beschreibt die Bauteile, die die Elektronen hin und her schieben. Die Hardware sozusagen. Das ist die Hardware, die natürlich irgendwo mit einer Software zusammenhängt. Aber das ist Elektronik überwiegend, also Hardware, die Geräte, die Bauteile, die die Elektronen steuern. Ich musste ja bei Siemens lernen, die Siemens AG, damals AG, ist ein Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Und als BWLer geht man halt ein bisschen locker über so Begriffe halt dann hin. Richtig, genau. Die wenigsten wissen, was sie da eigentlich studieren. Frag mal heute einen Elektrotechnik, das mache ich, im Elektrotechnikstudiengang. Also im ersten Semester habe ich gefragt, ihr studiert Elektrotechnik. Sagt mir mit einem Satz, was Elektrotechnik ist. Dann kommen tausende von Definitionen. Aber so wie ich es gesagt habe, ich kann es mathematisch beschreiben und auf viele Möglichkeiten. Das Entscheidende ist aber, es wird irgendwo ein Elektrönchen hin und her geschoben. IME, irgendwas mit Elektronik. Irgendwas mit, ja. So, kommen wir mal zur Medizintechnik. Die Menschen werden immer älter. Ich habe mir die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung für die Neugeborenen angeschaut. Deutschland 2021, Mädchen 83,2 Jahre, Neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Welchen Anteil hat die Medizintechnik? Weil, ganz kurz, man könnte ja nämlich nur sagen, die Menschen ernähren sich immer gesünder, gehen ins Fitnessstudio, hauchen weniger. Da können wir jetzt drüber philosophieren. Und je nachdem, wer mich gerade bezahlt, würde ich den einen oder anderen Schwerpunkt legen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, die Medizintechnik oder auch die Medizin hat vielleicht, oder in manchen Gegenden, einen Einfluss auf die Lebenserwartung. Bei der Medizintechnik ist der Einfluss aber mehr auf die Lebensqualität. Man kann wirklich drüber philosophieren, wird mir ein bisschen älter oder weniger alt. Aber du kannst in der Zwischenzeit durch Medizintechnik die Lebensqualität deutlich erhöhen. Beispiel, deine Kniegelenke, du spielst viel Fußball, also allgemein, wenn jemand viel Fußball spielt und der hat kaputte Knie, dann ist so ein künstliches Kniegelenk schon schmerzerleichternd. Und man kann, wenn dir ein Tumor aus dem Ohr rauswächst, den wegzuschneiden, das hat schon einen Vorteil. Okay, ja. Die Frage war auch nicht ganz einfach zu beantworten. Aber die Lebensqualität, die kannst du mit Medizintechnik und entsprechend Geld dann doch deutlich erhöhen. Und welche Entwicklung nimmt denn die Medizintechnik? Also ich habe ja noch die Warenkunde kennengelernt, der Angiograph bei Siemens. Das waren ja riesen Oschis, tonnenschwer. Auch die Hörgeräte waren immer noch so, dass man sie gesehen hat. Es wird ja alles kleiner. Also ist es heute eher die Miniaturisierung, gepaart mit Rechnerleistung? Ja, definitiv. Also die Angiographen, die sind heute, natürlich ist das Gerät noch ähnlich groß. Da gibt es eine Röhre, einen Strahler, einen Detektor. Das wird minimal kleiner. Aber die Rechner, die Kühlräume und so weiter, alles, das sind kleine Einheiten, die irgendwo dann im Raum rumstehen. Die braucht oder unter dem Schreibtisch. Da brauchst du nicht unbedingt ein extra-Hörgerät zum Beispiel. Die sind ja auch teilweise so klein, so gut. Die sieht man ja teilweise nicht mehr. Jetzt bin ich ein ganz großer Fan von allen möglichen Hörbüchern und ich lasse mir gerne vorlesen. Ich lese da weniger selbst. Und ich mache jetzt mal Werbung für zwei deutsche Autoren, Philippi Peterson und Andreas Eschbach, die Bestseller geschrieben haben über die Nanotechnologie. Ein Buch heißt sogar Nano. Also kleinste Maschinen, die sie selbst multiplizieren oder replizieren und die auch heilen und die Dinge bauen. Ich weiß, das ist ja Zukunftsmusik. Aber gibt es schon so etwas wie Nanomaschinen in diesem Sinne? Ja, die gibt es. Die werden auch verwendet. Die Frage ist, jetzt kommt wieder die philosophische Frage, was ist der Nutzen? In der Mikrochirurgie ist es ein Segen, weil du, wir haben alle, also ich mit meinen Fingern könnte da auch nicht überall reinkommen. Da ist man begrenzt und da ist die Hilfe von kleinen Robotern ganz gut. Die Frage ist aber mit der Nanotechnologie, was kann man alles anstellen, was kann man machen, wie weit kann man gehen. Da gibt es im militärischen Bereich bestimmt Sachen, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Und dann ist auch die Frage, hilft uns immer alles, was man machen kann. Aber der Arzt, der heute schon operiert, der kann sich davon operieren. Ja, aber macht er das schon aus der Ferne? Also könnte einem Mannheim jemanden operieren, der in einem Krankenhaus in Chicago liegt? Gut, in Mannheim ist ja auch Mannheim vielleicht, aber das gibt es. Ich weiß von Ärzten in Amerika, die in irgendeiner Stadt in Amerika sitzen und damit viel Geld verdienen, sich auf diese Nische spezialisiert haben und irgendwo in Amerika operieren, mit einem Patienten. Okay, aber Sie werden sich nicht selbst dadurch abschaffen, sondern der Arzt wird immer die Maschine ergänzen. Nein, das ist eine Unterstützung. Die Ärzte lassen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen. Aber ich überlege mir auch manchmal, möchte ich der Patient sein, an dem, also ich weiß nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal normal. Irgendwann wird es vielleicht normal, wir wissen es nicht, ich. Kommen wir mal zu Ihren Studierenden. Sie haben bestimmt hochmotivierte Studierende, die haben auch zu lernen. Das heißt, es gibt Lehrinhalt in Ihrem als Curriculum. Was sind denn so typische Lehrinhalte, was bringen Sie Ihnen bei? Und vor allem, was sind denn typische Themen bei wissenschaftlichen Arbeiten? Okay, typische Lehrinhalte sind jetzt in der Medizintechnik. Jetzt müssen Sie also Werbung machen für vielleicht Schülerinnen und Schüler, die jetzt da zugucken und sagen, oh, das könnte ja was für mich sein jetzt nach dem Abitur. Ja, also ich erwähne jetzt nicht die Mathematik und die Physik, wobei Physik zum Beispiel kommt natürlich auch vor. Aber wir haben einen Anteil Biophysik und das ist spannend. Da setzen wir auf die Physik auf und erklären am menschlichen Körper, wann bricht der Knochen. Ich kann bestimmte mechanische Eigenschaften am Knochen darstellen. Flüssigkeitsstrukturen an den Blutgefäßen. Bestimmte Modelle, laminare Strömungsmodelle an den Blutgefäßen. Da stelle ich mir die Klausur super vor, oder? Berechnen Sie den Zeitpunkt des Knochenpups? Ja. Tatsächlich? Berechnen Sie das Knacken. Genau, wann knackt es beim Patienten? Ja, in die Richtung geht es ganz genau. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt Arzt wäre und ich müsste mich auf Technik verlassen, Technik ist immer fehleranfällig, Sie haben bestimmt doch auch Fächer, die dann die Qualität der Technik zum Inhalt haben. Also wir haben, jetzt kommt ganz zum Schluss, neben Elektrotechnik, neben Systemtheorie, die ja ganz spannend ist. Systemtheorie klingt total unsexy. System ist alles und Theorie klingt auch unspannend für viele. Aber das ist eine Möglichkeit, mit gezielten Methoden irgendwas, was ich noch nicht kenne, aber mathematisch zu beschreiben und zwar mit Modellen, die ich kenne. Ich presse das also in mein Weltbild und zwar auch Geräte, Modelle, die vielleicht kommen in Zukunft. Und das ist da eine ganz spannende Geschichte, das zu erlernen. Und am Ende, dann gibt es Elektronik, Informatik natürlich auch und ein paar rechtliche Einheiten. Und am Ende haben wir ein Modul, QAQC, Quality Assurance, Quality Control. Und da dürfen die Studierenden etwas aufbauen, etwas programmieren. Und die lernen bei uns, also ich lege sehr großen Wert darauf, im Team zu arbeiten. Mit agilen Arbeitsmethoden, was zu erstellen, je nach Aufgabenstellung. Und dann ist aber das Ergebnis nicht nur ein fertiges Gerät oder ein Programm oder was auch immer, sondern auch die Tests zu dem Gerät. Funktioniert das Gerät unter welchen Bedingungen? Was sind die Rahmenbedingungen, wo es vielleicht nicht mehr funktioniert? Und wie groß sind die Fehlerbalken? Was ja auch alles dann der Arzt wissen muss. Das sollte er wissen. Ja, der Arzt geht nicht. Als Arzt würde ich davon ausgehen, ich kriege da ein gutes Gerät, funktioniert alles. Und es ist alles genau so, wie mir das die Technik vorgibt. Beispiel Pulsmesser. Puls auf zwei Nachkommastellen anzugeben, komplett sinnlos. Es genügt, wenn du, sagen wir mal, eine Nachkommastelle ist schon völlig ausreichend. Und da spiegelt die Technik dann halt mehr Genauigkeit vor. Und das ist auch das, was die jungen Ärzte, die danach kommen, oftmals lernen müssen, die Genauigkeit. Wie zuverlässig und genau sind meine Hilfsmittel, meine technischen Hilfsmittel? Und jetzt komme ich da zu deiner Eingangsfrage. Was ist Medizintechnik? Und Medizintechnik hilft mit technischen Mitteln, also mit menschengemachten Unterstützungen in der Medizin, Ärzten. Und wenn ich mich dann zu sehr drauf verlasse, dann ist es oft schwierig für die ärztliche Kunst. Ist denn Deutschland, alle sagen ja gerade, absteigender Ast, was Industriepolitik betrifft, ist denn Deutschland bei der Medizintechnik wettbewerbsfähig in der Zukunft? Immer noch in vielen Bereichen mitführend. Starke Konkurrenz aus Asien, China. Und die ziehen da auch viel nach Asien. Aber die Musik spielt immer noch in Europa. Und vor allem, ja, es gibt in Deutschland viele, einen starken medizinischen, technischen Mittelstand. Deutschland ist sehr gut aufgestellt. Und soll es auch weiter bleiben. Und deswegen bin ich auch hier, um Studierende auszubilden, die in Zukunft dann da auch dafür sorgen, dass wir weiterhin gut dabei sind. Und motivierende Dozierende und Professoren. Und ich habe mal ein bisschen in Ihre Agenda gekramt, was Sie für Vorträge halten. Und Sie können ahnen, was der Lieblingstitel meines Lieblingsvortrags ist. Achtung, meine Damen und Herren, liebe Studierende da draußen. Der Vortrag heißt Lernen, Lehre, Freiheit, Glück. Wie das Glück beim Lernen in den Kopf kommt. Das wäre doch was für die Erstsemestler hier als Pflichtveranstaltung. Ist es auch. Haben wir auch ein Modul, nur mit den Titeln, da klingt es so nach Spaßveranstaltungen und ist ja ein technisches Studium, Medizintechnik, das auch schwierig ist. Und da kriege ich das nicht durch die Gremien. Die Inhalte sind da, aber das verbirgt sich in dem Modul medizinische Ethik und interdisziplinäre Kommunikation. Ja, das ist deutsch, ne? Das ist, ja, das ist deutsch. Wenn ich da reinschreibe, wir haben Spaß im Studium oder der Lerneffekt ist viel besser, wenn ihr Spaß habt. Was da so ist. Was definitiv so ist. Aber ich darf es irgendwo wahrscheinlich mit so. Wenn ich auf die Verpackung schreibe. Irgendein Gremium würde dann sagen, nee, das geht ja überhaupt nicht. Ah, nein, das machen wir mal. Sie sind sehr sportlich. Ich meine, das sieht man nicht nur, sondern das liest man auch. Sie sind aktiv als Trainer im Jugend- und Erwachsenenbereich für den Breiten- und Spitzensport. Und zwar schwerpunktmäßig Trainerfortbildung deutscher und österreichischer Leichtathletikverbände. Und wenn ich so sehe, Ernährung, Motivation, Leistungssteigerung, das ist das, was Sie auch vermitteln wollen. Das passt doch auch irgendwie zur Medizintechnik. Oder ist die andere Seite der gleichen Medaille? Richtig, richtig, ist genau das Gleiche. Ja, und da ist die Beziehung zur, also Medizin, jetzt komme ich zur Ausgangsfrage, was ist Medizintechnik? Das ist mit technischen Hilfsmitteln oder mit Mitteln das Wohlbefinden oder die Gesundheit des Menschen erhalten oder verbessern oder wiederherstellen. Also das eine ohne das andere funktioniert eben. Im Sport, Sport ist eine Möglichkeit, da ein bisschen was zu machen. Und wenn man viel Sport treibt, bleiben auch Verletzungen nicht aus. Und so war meine Erfahrung im Jugendalter, dass ich mir immer die Geräte angeguckt habe, die da so an mir ausprobiert wurden. Okay. Und dann interessiert man sich natürlich, wie was funktioniert. Und dann ist man ganz schnell in der Medizintechnik. Was macht denn ein motivierter Professor der Medizintechnik, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, die schon lange aus dem Haus sind. Man könnte ja sagen, ach Gott, der Kerl geht nach Hause und hat alle Freiheiten der Welt. Wie sieht Ihre Freizeit aus, Reisen oder Sport? Sport. Also überwiegend, wenn eine Möglichkeit besteht, Sport. Aber im Augenblick arbeite ich noch so viel, da ist relativ wenig Luft nach oben. Aber wenn eine Möglichkeit besteht, ich wollte seit langem besser Italienisch lernen, besser Spanisch lernen, das geht so schleppend voran, weil ich mich doch da, also der Beruf ist so fordert, dass da wenig Luft bleibt. Aber irgendwann lerne ich das noch und treib dann auch wieder viel mehr Sport. Okay. Das ist schon der Ausblick. Denn meine letzte Frage wäre gewesen, was kommt denn als nächstes? Wobei, ich habe das nächste eher bezogen, so auf die Lehre, Curriculum. Rente. Rente, was weiß ich, Freizeit ohne Ende. Ein paar Jahre nur älter, wir haben beide noch ein bisschen was vor uns jetzt hier. Falsche Schlagworte. Okay, nee. Wenn, was dann kommt, ja, ich verlagere die Schwerpunkte. Also mir wird es nie langweilig, ich werde es immer machen, bis die mich irgendwo mit den Füßen voran raustragen. Ich habe mir mal überlegt, eine Surfschule, Surfschule ist nichts, nein, 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 nein. Ich wollte immer Tennislehrer und Skilehrer werden, aber nur bei schönem Wetter und nur mit gut gelaunten Menschen. Aber das würde ja auch passen, ne? Also das ist ja auch schon ein bisschen so der Eindruck, so ein Mix aus Tennislehrer und Surflehrer. Nee, 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 nee. Das ist ein Kompliment übrigens. Nee, 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 nee. Nee, es ist eine Herausforderung, mit Studierenden zu arbeiten, die teilweise auch gar nicht so gut sind und aus denen dann Weltmeister zu machen. Das ist die Kunst. Wenn jemand kommt und ist schon fast Weltmeister, den noch ein bisschen anzustupsen, ist Fahrt. Lieber Kollege, das war ein ganz tolles Interview, hat mich ganz arg gefreut. Ich habe ganz viele neue Sachen kennengelernt. Tja, und meine Damen und Herren, das war die 15. Ausgabe der DHBW Late Night Show und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem wunderbaren Kollegen Prof. Dr. Thomas Schierl. Dankeschön. Alles Gute. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.